In diesem Video zeige ich euch, was Skalierbarkeit ist und erkläre ein paar Begriffe wie API und Interface. Momentan funktioniert die Datenbank, die wir in den letzten Videos geschrieben haben, so, dass wir ein Array haben und da sind Objekte drin mit dem Namen eines Schauspielers oder einer Schauspielerin, dem biologischen Geschlecht und dem Geburtstag. Hier ist jetzt gerade nur ein Objekt zu sehen, aber ich kann in unsere Datenbank natürlich noch eins einfügen und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins und so weiter. So können wir unsere Datenbank füllen. Aber seht ihr hier etwas, das sich ständig wiederholt? Wir speichern die Keys, die Namen der Properties mit jedem einzelnen Objekt und das bedeutet, je mehr Objekte wir in unserer Datenbank haben, desto mehr Speicher brauchen wir, aber nicht nur für die eigentlichen Werte, sondern jedes Mal auch für die Namen der Werte, für die Keys. Der Overhead, der Datenüberhang ist dadurch sehr groß, deswegen könnten wir hier sagen, die Datenbank skaliert nicht gut. Besser wäre es, dass wenn der Speicher für die eigentlichen Werte steigt, der Speicherbedarf für die Keys der Werte nahezu gleich bleiben würde. Skalierbarer Code verhält sich möglichst gleich, egal wie viel Daten da sind. Wie können wir das erreichen? Wir könnten die Datenbank umdrehen. Statt ein Array mit Objekten zu haben, könnten wir ein Objekt mit Arrays haben. Dadurch würden wir jeden Key, jeden Property-Name nur einmal speichern. Wir müssten dann natürlich unsere Funktionen neu schreiben, damit das funktioniert, aber stellt euch vor, wir hätten unsere Datenbank bereits im Einsatz in irgendeinem Programm und wir hätten anderen Code, der unsere Datenbank nutzt und deswegen auf unsere Funktionen zugreift. Wir könnten diese Änderung vornehmen, also wir könnten unser Datenbank-Array gegen ein Datenbank-Objekt tauschen, ohne dass wir den anderen Code ändern müssten. Denn der andere Code greift nur auf die Funktionen zu, nicht auf das Datenbank-Array. Und solange die Funktionen auch weiterhin so heißen wie bisher und dieselben Argumente annehmen und dieselben Rückgabewerte haben wir bisher, brauchen wir den anderen Code nicht zu ändern. Das nennt man Abstraktion. Wir kapseln dadurch Komplexität ein oder auch wir verbergen die Komplexität, denn dem anderen Code ist egal, was im Innern der Datenbank vor sich geht, dem ist egal, wie sie umgesetzt wurde, ob da nun ein Array ist oder ein Objekt oder sonst was, er kommuniziert nur mit den Funktionen. Die sind die Schnittstelle der Datenbank. Also eine Schnittstelle ist der Punkt, wo zwei Sachen, zwei Entitäten miteinander interagieren. Schnittstelle heißt auf Englisch Interface. Wir könnten dieses Interface auch als API bezeichnen, API, als Application Programming Interface, eine Programmierschnittstelle. Das ist die quasi öffentliche Schnittstelle, die man zum Programmieren nutzen kann. Wenn man eine Bibliothek oder ähnliches einbindet oder auch eine Datenbank, wie in unserem Fall, dann gibt es verschiedene Funktionen, die man nutzen kann und nutzen soll, um mit der Bibliothek oder Datenbank oder so zu arbeiten. Und das ist die Programmierschnittstelle, die API. Und alles andere, alles was im Inneren vor sich geht, das soll einem egal sein, das kann sich auch ändern von einer Version zum nächsten, wie jetzt hier gerade, da soll man einfach die Finger von lassen, das ist privat quasi. Wir können unsere Datenbank als Modul sehen, das heißt, das ist dann die API von unserem Modul. Dadurch, dass wir den anderen Code nicht ändern müssen, ist das wiederverwendbarer Code, Reusable Code. Das sind alles verschiedene Begriffe, die man mal gehört haben sollte, die man kennen sollte. Ich habe das Ganze natürlich jetzt hier im Kleinen demonstriert, eigentlich spricht man erst bei wirklich größeren Sachen von API und so, und eigentlich ist auch Skalierbarkeit komplexer, als ich das jetzt hier gezeigt habe. Allgemein kann man sagen, dass Skalierbarkeit ist, wenn die Leistung eines Systems steigendem Anspruch gerecht wird, also zum Beispiel, wenn irgendwie immer mehr Nutzer zeitgleich auf einen Server zugreifen, das ist dann der steigende Anspruch, und wenn der Server nicht einknickt und auch nicht merklich langsamer wird, dann hält er also diesem steigenden Anspruch stand und skaliert somit gut. Ein Negativbeispiel wäre, wenn der Server dann tatsächlich immer langsamer werden würde, dann skaliert der nicht gut. Skalierbarkeit ist wirklich ein komplexes Thema, es gibt auch verschiedene Arten der Skalierbarkeit, es gibt horizontale und vertikale Skalierbarkeit, und meistens geht es dabei auch um Hardwarefragen. Nehme ich meinen Computer, meinen Server und pumpe ihn nur auf, um den steigenden Anspruch gerecht zu werden, also zum Beispiel durch eine stärkere CPU, durch mehr Arbeitsschweicher und sonst was, oder sollte ich lieber nicht den einen Computer aufpumpen, sondern stattdessen mehrere schwache Computer nehmen und die Last auf die verteilen? In der Regel geht es bei Skalierbarkeit um sowas. Ich wollte euch das hier nur mal vorgestellt haben, auch wenn das eigentlich erst bei komplexeren Sachen ein Thema wird, aber man sollte sich beim Entwickeln von Software schon immer Gedanken machen, wie verhält sich meine Software, je mehr sie genutzt wird. Also zum Beispiel, wie verhält sich meine Datenbank, je mehr Daten sie beinhaltet? Wie verhält sie sich, je mehr oder je öfter und schneller auf sie zugegriffen wird? Kommt sie da mit? Kann sie so schnell Daten liefern und vielleicht gleichzeitig an anderer Stelle Daten speichern? Wie verhält sich meine Web-App, je mehr Leute sie gleichzeitig nutzen und und und. Ihr habt nämlich gesehen, man hat immer mehrere Möglichkeiten, etwas umzusetzen. Wir können unsere Datenbank als Array umsetzen oder als Objekt oder natürlich auf ganz anderen Wegen. Üblicherweise basieren Datenbanken nämlich weder auf Arrays noch auf Objekten. Das heißt, ihr habt immer mehrere Optionen und solltet dann schon beim Konzipieren eures Programms überlegen, welche Option nehme ich, damit mein Programm auch noch zukünftig bei steigendem Anspruch gut läuft. Skalierbarkeit ist dabei nur eine von vielen Faktoren, die man beachten muss, wenn man Software entwickelt, also daran seht ihr auch schon, wie komplex diese ganze Sache ist. Ich werde jetzt diese objektbasierte Datenbank nicht umsetzen, ich wollte euch nur zeigen, dass das gehen würde. Im nächsten Video zeige ich euch, was Vererbung ist und wie Vererbung in JavaScript funktioniert. Um das nächste Video zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder, falls ihr dieses Video hier in einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran!